Musik Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Etares. Von nun an bis in Ewigkeit. Was ist eigentlich selbstverständlich, heutzutage? Eigentlich müssen wir ja sagen, nichts ist selbstverständlich. Alles ist irgendwie so wie ein Geschenk. Und so müssen wir in uns immer mehr entwickeln und entfalten, eine ganz große Haltung der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit setzt aber voraus, dass ich nicht immer nur mit mir selber beschäftigt bin, sondern dass ich meinen Blick wechsle, sozusagen. Dass ich meinen Blick wechsle zu dem, was ich geschenkt bekomme. Und dass ich meinen Blick wechsle auf das, was ich geschenkt bekomme und von wem ich es geschenkt bekomme. Und wenn ich diese Haltung der Dankbarkeit so in mir habe, dann wird mein Leben ganz anders. Weil ich lecke da nicht immer meine eigenen Wunden. Ich bin nicht immer nur mit mir selber beschäftigt. Es dreht sich nicht alles immer bloß um mich. Ich bin nicht ständig der Nabel der Welt. Ich bin nicht ständig der oder die Ärmste der ganzen Welt, sondern ich habe die Dankbarkeit in mir drin. Ich habe die Dankbarkeit in mir drin, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Und dass er für mich sorgt, dass er sich um mich kümmert, dass er alles für mich tut. Und diese Dankbarkeit, diese Haltung der Dankbarkeit, um die können wir heute wirklich einmal so bitten. Nicht alles selbstverständlich nehmen. Nicht alles so, ja, nicht alles immer so selbstverständlich nehmen. Schon allein das, dass ich heute Morgen hier zum Beten sein darf, dass ich aufgewacht bin, dass ich hier bin, das ist doch schon einen Dank wert. Und da wollen wir Gott danken dafür und ihn um seinen Segen bitten. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung in sich birgt. Dass wir uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verirren, und dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 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 Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen.